so und willkommen hier zur sky wars folge wieder so erstmal alles looten wo diesmal andere kopfhörer auf wahrscheinlich werde ich dadurch dann wieder ein bisschen schlechter sein weil ich habe sonst immer injabats drin jetzt habe ich mal meine alten gang kopfhörer wieder auf so die enderpelle direkt hier so der muss da hin so gehen wir mal direkt rüber zum gegner auch wieder ohne shader mit optifine immer beste tschüss dude so der ist immer tot so der hat text drin oder auch nicht egal nichts runde so dass wir wieder auf lokos und geiler kisten gut so einmal alles und ich krieg's gerade echt nicht hin zu looten keine ahnung warum da ist ne enderperle so direkt mal diamantschwert craften so als ob wir trotzdem sagen habe ich schon gesehen es deckt sich wahrscheinlich diesmal habe ich auch direkt musik auf dem ohren sprich ich höre ja dann auch die musik jetzt er kann nicht schneller sein als ich na auch eine enderpelle gehabt ich hätte zwar auch so ich habe es ja auch so geschafft meine das war jetzt nicht das problem und die enderpelle habe ich nur zur sicherheit gerade eben geworfen gehabt das war aber für mich echt knapp so bauen wir jetzt mal direkt weiter so immer so schön hoch bauen ich tue mich ja nicht stacken ach nice ach verdammt ich bin lowlife oh mein god ich draw auch noch mein schwert das wäre seine chance gewesen dieser lappen erstmal wrecken komm runter oder ich komme auch hi als ob ich ihn nicht hütten konnte du dich habe ich aber die enderperle hätte ich da mal stecken lassen können also ne das ist das der nächste ist da in der mitte was hat er da eigentlich für ein eisenschwert scheiß auf das eisenschwert ist runter gefallen zum glück der level ich kann meinen diamantenschwert verzaubern ähm rückste schärfe nice ähm ich hab nix muss nicht mehr wissen muss nicht mehr wissen dass das ein enchanter ist so bin mal gespannt ob wir die runde gewinnen so halt wo ist der hier okay der ist in der mitte der war in der mitte alter bin ich jetzt echt so doof warum auch immer ich den block da gerade gesetzt habe so mal gucken ob noch was schönes drin ist noch immer auf den kompass achten immer auf den kompass achten aber nicht von dem irgendwo walber noch genug blöcke dafür Da hatte ich gerade Angst Dass ich das verkacke So Immer auf die Blöcke achten Dass man genug hat Ja Das war gerade ein Fehler Da unten ist nämlich einer Ich sehe das Wow Jetzt muss ich tatsächlich Sneaken Na Wow Der leckt Lecker Alter Nächste Runde Ich habe es ein bisschen verpeilt Jemand shitcraften Gott Meine Mom kommt ja auch gerade wieder rein Deswegen war es wahrscheinlich gerade irgendwie da kurz komplett ohne Sound Ne Ich werde es einfach jetzt schneiden Ähm Jeppel Wir haben Essen Bitte genau Ich würde immer der Erste sein der sich zu einem baut Oh mein Gott Gott I Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Tschüss! Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war gerade knapp. Das wird echt Maustaste spammen, wenn ich so baue. Er hat immer noch nicht gecheckt, dass ich auf dem Weg zu ihm bin. Ach, der hat das dazu gebaut. Geistreich von ihm. Sehr geistreich. Na, sehr geistreich, wenn ich mir eine Spitze craften kann. Jetzt verarschen wir mal. Was, dass du da bist. So, du bist einmal down. Oder ich bin down. Ja gut. Ja gut. Das war's in der Woche für die Folge. Ich halte ihn dieses Mal wieder minimalistisch. Und ich würde sagen, lass den Like da abonnieren. Und tschüss. Das war's. Das war's.